hallo ihr lieben heute melde ich mich gleich wieder ja weil ich bin wieder auf der fahrt und ich hatte das glück wieder ganz eine nette mitfahrerin mitnehmen zu können liebe sophia und wie es so ist wenn man sich nicht kennt und kennenlernen mag unterhält man sich und wir hatten verschiedene themen immer dieses so was was man macht und weshalb man genau die strecke gerade fährt und ja sie studiert ethnologie da geht es darum einfach andere kulturen zu erforschen zu studieren und sehr 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 breit gefächert und irgendwie hatte sie den begriff heilung erwähnt dass das wohl auch so ein thema bei ihnen studium war wie andere kulturen das sehen also irgendwie ist es einfach in mir da bin ich voll mit in resonanz gegangen weil ihr vielleicht schon wisst dass das auch eins meiner themen ist womit ich mich sehr sehr viel befassen also selbstheilungskräfte und auch geistiges heilen und ihr heilung durch die energetischen behandlungen durch die energetischen massagen und ja und sie hat auch japan erwähnt weil ihr freund dort war und sie war mit sie dann auch gefragt ob sie ob ihr reiki was sagt weil der ursprung liegt ja in japan von dem usui und ihr sagt es sogar was weil ihre omi das praktiziert und dann habe ich gefragt ob sie es schon mal erfahren durfte und sie hat es jetzt beneint also also nicht verneint da ist in mir gleich wieder so ein gefühl aufgekommen von schade und dann habe ich mich gefragt weshalb eigentlich nicht weil für mich ist das ein riesengeschenk ich bin so unendlich dankbar dass das von der energie mit dabei energie arbeit weiß und das selbst jetzt ausüben darf mir helfen darf anderen auch dabei helfen darf irgendwie sich zu er also zu erfahren teilweise auch selbst heilen zumindest auch schon mal zu mehr klarheit zu kommen und dann auch wieder an die richtigen helfenden hände zu kommen ja das war irgendwie sowas in mir auf kam es waren viele sachen zurzeit beschäftigt mich das thema heilung auch weil wie ihr seht ich habe da so richtig schöne mundwinkel und auch ich bleibe nicht davon verschont obwohl ich mich schon viel mit der thematik auseinandersetzt und für mich ist es halt ich sehe meinen körper mittlerweile wirklich als tempel an praktisch mit dem ich ja hier auf erden sein darf mein körper und ich bemühe mich sehr zu pflegen und zu hegen und habe einfach gelernt auf die körpersignale zu hören also ich bin noch total im prozess im lernprozess aber es hat immer mehr dass das möglich ist und in mich hinein zu hören zu spüren eben auch durch die energie arbeit und meditation bewusstseins arbeit und ja zurzeit frage ich mich so ein bisschen was was das mir sagen will und es gibt auch schon viele ja so untersuchungen und veröffentlichungen ich werde die tage mal danach schauen und auch mit ein paar freunden bekannten drüber sprechen und ich glaube das wichtigste ist aber eben dass ich meinen eigenen inneren gehur befrage mit welchem thema das zusammenhängt also ich schätze mal dass es mit dem ganz großen thema magen darm weil das ist ja irgendwie auch wie so ein zweites gehirn wohl unseres menschlichen körpers und ich habe immer wieder was mit meinem magen und darm also einfach weil ich auch so unverträglichkeiten habe Weizen und Laktose vorher hatte ich auch mal mehr das habe ich alles schon wieder irgendwie in Balance bringen können ja was ich auch noch mal kurz ansprechen wollte das Thema eben Ethnologie ich hatte sie so gefragt und irgendwie fiel mir halt einfach sofort die Christina Kessler ein dass ich auf ihrer Seite mal gelesen hatte dass sie Ethnologin ist und Kulturen studiert und da ist nochmal dieses Stichwort die Herzensqualitäten und Amo Ergo Sum was sie ja in die Welt hinausträgt irgendwie durch ihre ganzen Forschungsreisen und Studien ich finde es auch sehr spannend und sehr schön großes Geschenk für uns alle werde ich auch nochmal Links dann in meinen Blog posten na gut das wollte ich einfach irgendwie mit euch teilen es sind Gedanken, Fragen, Impulse alles ist offen ich wollte es einfach loswerden weil es mir dann einfach oft besser geht wenn ich es nach draußen trage und wer weiß wen es in irgendeiner Art und Weise anspricht da darf jeder ganz bei sich sein und ganz in der Selbstverantwortung und ja schauen was er damit anfängt und ich lasse einfach jeden so wie er ist ich übe mich ganz doll darin und schätze jeden und alles und wünsche mir das auch von allen so dass es auch mit mir gemacht werden kann und so ne ok dann alles alles Liebe alles Gute für euch alle freue mich wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst freue ich mich riesig ich mag wirklich was von euch lesen was von euch hören mit euch in Austausch gehen vielleicht habt ihr auch einen Tipp für meine Mundwinkel außer Kokosöl weiß ich schon die ganze Zeit drauf schon mehr aber es ist halt in mir drin etwas ok also alles Liebe Ciao Ciao